Lasse Sobich ist ein deutscher Fußballspieler, der seit Sommer 2014 beim FC St. Pauli unter Vertrag steht. Er wird in der Innenverteidigung eingesetzt. Karriere Er fing mit vier Jahren beim VfL Schwerte mit dem Fußballspielen an und wechselte 2003 zu Borussia Dortmund. Dort durchlief er im Folgenden die Jugendabteilungen und erreichte mit den B und A Junioren vier Endspiele, die allerdings allesamt verloren wurden. 2007 und 2008 die K-Sekundenfinale um die Deutsche B-Jugendmeisterschaft. Sowie 2009 die Entscheidungsspiele um die A-Jugendmeisterschaft und den DFB-Junioren-Vereinspokal. 2009 bekam er bei den Borussen auch einen Vertrag bis zum Sommer 2012 und wurde dann zur Drittligasaison 2019. Obwohl er noch eine Spielzeit für die A-Jugend zum Einsatz hätte kommen können, in den Kader der zweiten Mannschaft aufgenommen. So gab er für diese am 25. Juli 2009 dem 1. Spieltag, sein profiliger Debüt bei Wacker Burghausen, das 3 zu 4 aus Dortmunder Sicht endete. Auch im weiteren Verlauf der Saison blieb er Stammspieler und bestritt so 32 Partien. Dabei traf er einmal ins Tor, zugleich sein Premieren-Treffer im Seniorenfußball. Er sorgte dabei bei der 4 zu 1 Auswärtsniederlage beim VfL Osnabrück per Kopf für den zwischenzeitlichen Ausgleich. Mit seinem Team belegte er am Schluss den 18. Tabellenplatz und stieg somit in die Regionalliga West ab. So Bich selbst wurde jedoch nach dem Abgang von Uwe Hünemeyer zu Energie Cottbus in den Bundesliga-Kader der Dortmunder befördert. Die Vorbereitung auf die Saison 2010-11 verpasste er allerdings teilweise aufgrund eines kuriosen Unfalls. Er hatte im Hamburger Hafen seine Füße ins Wasser baumeln lassen und wurde von einem Ausflugsschiff gerammt, das sein Bein einquetschte. In der Folge wurde er dann weiterhin hauptsächlich in der Reservemannschaft eingesetzt und rückte nur bei einem Ausfall von einem der drei anderen Innenverteidiger des BVB in das erste Team auf. Zu einem Bundesliga-Einsatz kam So Bich dabei nicht, war aber Teil der Mannschaft, die in dieser Spielzeit die deutsche Meisterschaft gewann, um Spielpraxis auf höherem Niveau sammeln zu können. Verlängerte So Bich seinen Vertrag bei Borussia Dortmund nach Saisonende und ließ sich für ein Jahr in die 2. Bundesliga zum Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli Auslein. Zur Saison 2012-13 wechselte er auf Leihbasis zum Bundesliga-Aufsteiger SPVGG Greuther Fürth, für den er sein Erstliga-Debüt am 31. August 2012 beim 1-0-Sieg im Auswärtsspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 gab. Sein erstes Bundesliga-Tor erzielte er am 19. Oktober 2012 beim 3-3-Unentschieden im Auswärtsspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim mit dem Treffer zum Entstand in der Nachspielzeit. Zur Saison 2013-14 wechselte So Bich zum Hamburger SV. Er unterschrieb einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2016. Sein erstes Pflichtspiel im HSV-Trikot bestritt So Bich gegen den SV Schott Jena im DFB-Pokal am 4. August 2013. Beim HSV konnte sich So Bich nicht gegen seine Konkurrenten in der Innenverteidigung durchsetzen und kam nur auf 10. Bundesliga-Einsätze. Zur Saison 2014-15 wechselte So Bich zunächst auf Leihbasis zum FC St. Pauli. Beim Stadtrivalen kam er auf 31 Zweitliga-Einsätze und trug mit vier Toren zum Klassenerhalt bei. Zur Saison 2015-16 wurde So Bich schließlich fest verpflichtet und mit einem Vertrag bis zum Saisonende mit einer Option auf eine weitere Spielzeit ausgestattet. 2009 wurde So Bich erstmals in einer Auswahl des DFB berufen. Er spielte mit der U18-Auswahl ein internationales Turnier in den Vereinigten Arabischen Emiraten, an dem neben Deutschland und den Gastgebern auch Japan und Ägypten teilnahm. Nach drei Partien in dieser Altersklasse wurde er in die U19-Auswahl übernommen. Mit dieser bestritt er zunächst einige Freundschaftsspiele, die als Vorbereitung auf die anstehende Qualifikation zur U19-Europameisterschaft 2010 dienten. Aus diesem Anlass stellte Thomas Nürnberg, der Assistenztrainer des Teams, alle nominierten Spieler auf der Website des DFB vor und bescheinigte So Bich große körperliche Präsenz ein gutes Auge. So wie ein gestiegenes Verantwortungsbewusstsein, weswegen er bereits in einem Spiel das Amt des Spielführers ausübte. Die deutsche Mannschaft besiegte im ersten Spiel der sogenannten Elite-Runde zwei Polen mit 4 zu 1, verlor dann jedoch gegen die Slowakei und die Niederlande und verpasste so die Teilnahme an der Endrunde in Frankreich. Danach rückte So Bich in die U21-Nationalmannschaft auf. Diese hatte gerade überraschend und vorzeitig die Qualifikation zur Europameisterschaft 2011 verpasst, sodass die letzten beiden Pflichtspiele für einen Neuaufbau mit jüngeren Spielern genutzt wurden. Im Oktober 2012 gelang So Bich mit dem DFB-Team die Qualifikation zur U21-Europameisterschaft 2013 in Israel. Im Rückspiel der Playoffs setzte sich die deutsche Mannschaft mit 3 zu 1 gegen die Schweiz durch. In diesem Spiel gelang So Bich mit dem 2 zu 0 sein erster Treffer im Nationaltrikot. Am 28. Mai 2013 wurde er von Trainer Rainer Atrion auch in das endgültige Aufgebot für die Europameisterschaft 2013 in Israel berufen.